Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Video in dieser Videoreihe zum Mathematik macht Freunde Arbeitsblatt Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Im vorigen Video haben wir den Hauptsatz formuliert und auch ein bisschen über die geschichtliche Entwicklung davon gesprochen. In diesem Video wollen wir jetzt zum ersten Mal den Hauptsatz in Aktion sehen. Dafür betrachten wir das folgende Beispiel. Wir haben hier eine Funktion klein f deren Graphen wir hier rechts in blau sehen können. Außerdem haben wir eine Stammfunktion groß f gegeben, deren Graphen wir hier in rot sehen können. Und wir interessieren uns jetzt für einen Flächeninhalt groß a, den wir hier rot eingezeichnet sehen unter dem Graphen von klein f. Als erstes sollen wir nun mit Hilfe von klein f eine Formel aufstellen, mit der wir diesen Flächeninhalt berechnen können. Dafür müssen wir uns einfach daran erinnern, wie wir dafür das bestimmte Integral verwenden können. Denn groß a entspricht hier hier jetzt einfach dem bestimmten Integral in den Grenzen minus 6 und 0 von f von x dx. Jetzt sollen wir groß a tatsächlich mit dem Hauptsatz ausrechnen. Nimm dir dafür bitte kurz Zeit und ein kleiner Tipp, die Grafik auf der rechten Seite hilft sehr. Gut, wie geht man das am besten an? Zunächst einmal müssen wir uns jetzt an den zweiten Teil des Hauptsatzes erinnern, der besagt, dass wir dieses bestimmte Integral so ausrechnen können, dass wir in eine Stammfunktion von klein f die obere und die untere Grenze einsetzen und voneinander abziehen. Das bedeutet, wir interessieren uns jetzt für Groß F von 0 minus Groß F von minus 6. Gut, was bedeutet das? Diese Werte können wir hier jetzt von dieser rot eingezeichneten Stammfunktion Groß F ermitteln, und zwar anhand der Grafik. Wir sehen, f von 0 ist gleich 6 und f von minus 6 ist gleich minus 2. Vorsicht, minus minus 2, also erhalten wir insgesamt einen Flächeninhalt von 8. Soweit, so gut. Im nächsten Video geht es dann mit etwas aufwändigeren Beispielen weiter und wir werden sehen, dass auch diese dann kein Problem sind.